Herzlich Willkommen zum sechsten Türchen unseres kleinen digitalen Adventskalenders und heute gibt es wieder eine Photoshop Aktion und zwar mit der wir kleine Bereiche oder bestimmte Bereiche etwas intensivieren können. Also unseren Bildern so ein kleines bisschen mehr Pepp geben. Pass auf, ich will ja gleich mal zeigen, was ich meine. Also, ich habe die Aktion schon mal importiert und das ist die Effekte Aktion. So und hier können wir Rot, Blau oder zum Beispiel Grün intensivieren. Wir können aber auch einen kleinen Glow-Effekt und einen kleinen Orden-Effekt hinzufügen. Und genau das möchte ich dir einmal zeigen. Da es in den letzten Tagen immer mal wieder zu Fragen kam, wie kann ich denn jetzt eigentlich diese Aktion importieren? Pass auf, es ist ganz einfach. Du öffnest dir dein Aktionsfenster und wenn du das nicht siehst, gehst du auf Fenster und Aktionen. Dann öffnet sich dieses Aktionsfenster und dann klickst du hier rechts oben auf dieses kleine Menü und sagst Aktionen laden. So, wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich ein neues Fenster und dann kannst du diese Aktionsdatei, die du gerade runtergeladen hast, einfach laden. Und dann öffnet sich dieses Fenster bzw. dieser Ordner in deinem Aktionsfenster. Und mehr musst du gar nicht tun. Und dann kannst du dein Bild schon öffnen, könntest zum Beispiel Farbe in Klammern Rot intensivieren nehmen, kannst auf Start drücken. Das ist eine LRB-Aktion, das musst du jetzt nicht verstehen, das bestätigen wir jetzt einfach mal. Und dann ist das schon fertig. So, und jetzt guck mal, vorher, nachher. Es ist eine ganz minimale Optimierung, aber sie tut dem Bild schon ziemlich gut. Gerade hier hinten im Sonnenbereich, da gibt es so diesen Orange- und Rot-Charakter nochmal ein bisschen mehr Pepp. Ja, also ich finde, das Bild gewinnt dadurch ein bisschen mehr an Strahlkraft. Also ich mag diese Rot-Intensivierung bei Sonnenaufgängen oder Untergängen sehr, sehr gerne. Gehen wir mal ein Bild weiter, ja, und bei so einem Bild bietet sich das zum Beispiel an, Farbe Blau zu intensivieren. Machen wir mal Start. Zack. Und auch hier kriegen wir eine schöne Intensivierung der Farbe Blau. Und so kannst du dich einfach mal durchklicken. Bei der Dame klicke ich jetzt auch mal auf Blau. Das gibt nämlich einen schönen, ja, eigentlich auch einen sehr interessanten Look. Und selbst wenn das jetzt zu stark sein sollte, naja, wir können ja immer noch die Deckkraft reduzieren. Oder wir machen hier einen Doppelklick hinten auf unsere Ebene, dann kommen wir in die Ebenenstile. Und dann können wir beispielsweise in den Blaukanal gehen. Oder wir bleiben auch in dem Graukanal und können ja sagen, dass das Ganze beispielsweise nicht ganz so doll auf die hellen Bereiche sich auswirken soll. Ich habe jetzt mit der Alt-Taste diesen Regler gesplittet. Und jetzt guck mal, jetzt haben wir einen leichten Look in den Mitteltönen und in den Tiefen ganz, ganz wenig in den Lichtern intensiviert. Finde ich eine sehr schöne Sache. Wir können aber auch die Effekte miteinander kombinieren. Schau mal, wir haben jetzt hier Blau und Rot. Also ich könnte jetzt mal Rot intensivieren starten. Jetzt haben wir Rot etwas knalliger gemacht. Jetzt sage ich mal Blau intensivieren. Jetzt haben wir Blau ziemlich stark intensiviert. Und mit beiden Ebenen zusammen haben wir allgemein die Farbe ein bisschen gepusht. Wir können auch Grün intensivieren nutzen. Das würde hier genauso funktionieren, weil hier Grün auch ein bisschen mit enthalten ist. Das hat aber ganz, ganz wenig Auswirkungen auf unser Bild. Ja, wirklich ganz minimal. So, aber wenn ich das hier alles mal zusammen in eine Gruppe packe, dann schau mal, dann hat unser Bild in den Farben viel mehr Intensität bekommen. Springen wir nochmal ein Bild weiter und hier möchte ich dir beispielsweise den, ja was nehmen wir, den Glow- oder Orton-Effekt. Wir nehmen jetzt mal den Orton-Effekt. Ich spiele den mal ab. Und dann bekommst du eine Ebene, die ist weich gezeichnet und eine schwarze Ebenenmaske dran. Und bei dieser schwarzen Ebenenmaske nimmst du dir jetzt einen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe und jetzt kannst du den Effekt dort reinmalen, wo du ihn haben möchtest. Ich würde ihn beispielsweise, oder ich würde dir empfehlen, das dort zu platzieren, wo du so ein bisschen, ja so irgendwie so Sonne zum Beispiel mit drin hast oder so allgemein, wo Licht drauf fällt. Weil schau mal, was hier passiert. Wenn ich das jetzt hier reinmale, schau mal, wie das hier zum Leuchten anfängt und auch hier hinten. Und das kriegt dann so einen schönen, weichen Charakter. Ja, ich würde das nicht komplett übers Bild legen, das ist mehr zu viel, das wäre mir zu weich. Sondern wir packen das Ganze wirklich nur dahin, wo die Sonne drauf fällt, weil da wird es dann schön weich. Ja, guck mal, vorher, nachher. Ich finde, das ist ein richtig, richtig cooler Effekt. Gerade dann, wenn du irgendwo Sonne drauf zu scheinen hast, dann kannst du da nämlich den ganzen Effekt noch ein bisschen weiter rausarbeiten. Und bei diesem Bild möchte ich dir den Glow-Effekt zeigen. Den starte ich mal, dann bekommt der Gauische Weichzeichen, da kannst du einen Radius angeben. Ich lasse den jetzt mal auf 20 und somit kriegt dein Bild, fängt so ein bisschen an zu, ja so einen verträumten Effekt zu kriegen. Was wir hier allerdings sehen, und da musst du ganz doll aufpassen, das ist ein ziemlich starker Effekt. Ja, gerade bei einem Radius von 20 Pixeln verläuft das ziemlich, ziemlich stark. Wir sehen es auch hier im Gesicht, das ist mir persönlich zu arg. Also würde ich hier entweder die Deckkraft reduzieren oder auf der Ebene Maske mit einem schwarzen Pinsel den Effekt in manchen Stellen wieder rausnehmen. Wie zum Beispiel im Gesicht. Ja, und dann haben wir den Effekt dort reduziert. Was du aber auch machen kannst ist, und ich nehme die Ebene Maske mal wieder weg, wir können zusätzlich eine Gradationskurve oben drauflegen. In Schnittmaske auf unseren Glow-Effekt. Und Achtung, mir sind die Tiefen zu dunkel. Also diese Kontraststeigerung in den Tiefen ist mir zu arg. Und deswegen nehme ich in der Gradationskurve die Tiefen hier unten und ziehe sie einfach nach oben. Und schau mal, wie wir diesen Effekt jetzt verändert haben. Also wir haben die Tiefen sehr, sehr stark reduziert. Wir können das jetzt hier in den Mitteltönen natürlich auch noch ein bisschen nach unten ziehen, um so wieder ein bisschen mehr Kontrast reinzukriegen. Und in Kombination mit dem Deckkraftregler können wir hier einen sehr, sehr schönen, verträumten Effekt erzeugen. Finde ich persönlich ziemlich cool. Und wir können das Ganze auch kombinieren mit zum Beispiel dem Orten-Effekt. Nehmen wir uns jetzt hier die Maske, Pinsel, weiße Vordergrundfarbe. Und jetzt können wir hier das Ganze noch mit reinmalen und kriegen so einen kleinen, leuchtenden Effekt. Der ist jetzt hier viel zu stark, aber ich glaube, du siehst, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und die sind tatsächlich, wir können auch hier über die Sonnenblumen ein bisschen malen, dann kriegen die auch nochmal einen ganz anderen, verträumten Effekt. Das heißt, in Kombination mit dem Orten-Effekt und dem Glow-Effekt können wir sehr verträumte Stimmungen erzeugen. Teste das einfach mal für dich. Guck mal, ob das was für dich ist. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich persönlich mag dieses Farbe-Rot-Intensivieren sehr, sehr gerne. Es ist eine sehr, sehr einfache Aktion, sehr einfacher Effekt. Der aber gerade bei Sonneneinstrahlung, egal ob Auf- oder Untergang oder allgemein, wenn du Lichtsituationen hast, einen sehr netten Effekt gibt. Okay? Lad dir das gerne runter. Du findest unten wieder den Download-Link. Und ansonsten kannst du bei Reekflix natürlich auch in der Download-Bibliothek danach einmal schauen und kannst es dir dort alles runterladen. Okay? Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Einen wunder, wundervollen 6. Dezember. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Abonnier auch den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und empfiehl doch gerne diese Videos auch weiter. Das heißt, ich meine, das sind kostenlose Aktionen. Das sind kostenlose Effekte, die ihr auf euren Bildern nutzen könnt. Und lasst uns das doch in die Welt hinausstreuen, dass alle was davon haben. Und dann, ja, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Teilen. Und dann sehen wir uns, ja, am besten auch morgen wieder. In dem Sinne, bis dann. Ciao.